Hey da draußen, hier ist wieder der Flex von Stronger Flex und heute geht es um die Positionierung der Wirbelsäule unter Last. Okay, paar einleitende Worte. Balance bzw. das Arrangement deines Korpus, deines Körpers und deiner Wirbelsäule ist wesentlich wichtiger, als man so auf den ersten Blick denken mag. Im Yoga heißt es, wenn du nicht die Balance halten kannst, bleib lieber liegen. Da geht es zum einen natürlich um Effizienz und zum anderen spätestens, wenn du Last in dein System reinbringst, dann ist es halt wichtig, dass du die Last vernünftig verteilst und vor allem auch die Wirbelsäule das macht, was sie soll und nicht irgendeine Kompensationslösung findet oder finden muss, weil du deine Software da nicht sauber arbeitet. Was ganz gängig ist und was wir auf unserem Kanal auch schon häufig bespielt haben, ist so dieses Thema Plank. Also wie bringe ich meinen Körper auf Spannung in einem Stützszenario, wenn ich dann in Liegestütz gehe und so weiter. Und ich möchte jetzt mal ein paar einfache Übungen zeigen. Manchmal sind sie einfach nur kleinen und simplen Übungen, aus denen man viel lernen kann und aus denen man viel benefizieren kann. Wie gehe ich mit Last um, die von vorne kommt, von hinten oder von den Seiten? Ich habe jetzt hier so einen Medizinball mit Griff. Am allerbesten ist mit Sicherheit eine Kettlebell, die ich jetzt gerade hier nicht zur Verfügung habe. Da kannst du dann auch, wenn du ein größeres Set hast, mit der Last entsprechend spielen. Ich habe jetzt hier 8 Kilo, das ist nicht viel und es ist nicht so, dass ich da an meinen Grenzen bin. Das Ganze lebt aber vor allem dann von deiner Körperspannung. Also Szenario Nummer 1. Du kommst jetzt einfach in den Kniestand, kannst hinten die Zehenspitzen aufstellen und jetzt wollen wir die Wirbelsäule schön unter Spannung bringen, deinen Körper schön arrangieren und da brauchen wir wieder das Aufrichten des Beckens oder wir können es auch nach hinten kippen nennen. Also ich gehe aus dem Hohlkreuz raus und ich stabilisiere die Hüfte über die Po-Muskulatur. Das heißt, der Po ist ganz fest. Wir werden die Bauchmuskulatur benötigen und jetzt nehme ich die Last hier von vorne, greife einfach hier mit beiden Händen zu meinem Gewicht hier und jetzt habe ich ja eben die Tendenz, das musst du für dich mal so ein bisschen erforschen, nach vorne. Das Gewicht will mich nach vorne ziehen und jetzt möchte ich aber trotzdem die Wirbelsäule ganz neutral positionieren. Das heißt, Po fest, Bauch fest und ich widerstehe diesem leichten Zug nach vorne. Vor allem mit der Po-Muskulatur arbeite ich massiv. Ich sichere die Wirbelsäule mit der Bauchmuskulatur massiv von vorne ab und halte diese Position mit aktiver Körperspannung. Also es wird für dich überhaupt kein Stress sein, einfach nur das Gewicht zu halten und in deine passive Struktur reinzugehen. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass du wie in einem Plank aktiv in die Spannung reingehst. Nochmal, Po maximal fest, Bauch fest und deine Wirbelsäule versuchst sauber zu arrangieren in diesem leichten Doppel-S. Das musst du mal für dich erforschen und damit mal spielen. Das gleiche kannst du natürlich dann andersherum machen, indem du das Gewicht hinter dich nimmst. Im Übrigen habe ich das gefunden bei Optimize Physiotherapy, cooler Insta-Channel. Jetzt werde ich ja tendenziell nach hinten gezogen. Das heißt, es bleibt dabei, ich stabilisiere die Hüfte mit dem Po, Bauch rein und möchte jetzt eben nicht zulassen, dass ich in die Rückbeuge komme, sondern suche nach der Muskulatur, die ich benötige, um wieder die Wirbelsäule neutral zu halten, neutral zu positionieren. So, wenn wir jetzt lateral denken, also Seiteneigung, dann stelle ich jetzt einfach einen Fuß nach vorne und hebe wieder mein Gewicht. Jetzt will es mir ja vor allem hier den Schultergürtel schiefziehen. Jetzt möchte ich also hier gerade werden und wieder Bauch rein, Po fest. Jetzt möchte ich mich ganz neutral positionieren und ausbalancieren und halte diese Position und gebe meinem zentralen Nervensystem hier eine wertvolle Information. Über eine Minute vielleicht und mache mehrere Durchgänge und dann selbstredend auch noch die andere Seite. Und da gibt es natürlich dann auch Disbalancen. Der eine ist rechts, der andere ist Linkshänder. Der eine hat sein Standbein links, der andere rechts. Das sind alles so Kleinigkeiten, mit denen wir hier spielen können und wo wir hier so ein bisschen Refining, Fine-Tuning betreiben können, um dann, wenn dann größere Lasten kommen, ready zu sein und unsere Wirbelsäule so zu positionieren, dass sie keinen Schaden nimmt, wenn die Last kommt. So, dann freuen wir uns für ein fettes Däumchen oder auch ein schmales Däumchen nach oben für dieses Video. Abonnier uns, falls noch nicht geschehen. Danach immer hübsch die Glocke aktivieren, denn nur dann bekommst du eine Info, wenn wir ein Video hochladen. Übrigens freuen wir uns auch sehr über die rege Anmeldung zu unseren Workshops. Der Barefoot Day ist ja schon lange ausverkauft, da wird aber noch ein zweiter Folgen, keine Sorge. Bewegungsfreiheit haben wir auch schon. Heftigste Anmeldung, freuen wir uns auch sehr. Sei gerne noch dabei, siehe Beschreibungsfeld. Hier kannst du bei Instagram vorbeischauen und hier gibt es zwei unserer letzten Videos. Dann flext es wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.